Brüche kann man erweitern und kürzen, wenn da so etwas steht wie 7 Elfte. Was ist, wenn ich 7 Torten auf 11 Leute verteilen will? Stattdessen kann ich auch 21 Torten auf 33 Leute verteilen. Das wäre erweitern. Wenn Sie oben und unten mit derselben Zahl multiplizieren, kann sich der Bruch nicht ändern. Das ist erweitern. Erweitern ist im Allgemeinen eine eher blöde Idee, es wird ja schlimmer. Die Richtung zurück heißt kürzen. Wenn da eben so etwas steht wie 140, 210. Der 210. Teil von 140 ist der 21. Teil von 14. Ist der, jetzt wird es spannend, der dritte Teil von 2. Was man sich vielleicht am einfachsten zurück überlegt. Also das wäre jetzt kürzen. Wenn Sie gemeinsame Faktoren haben, beim ersten Schritt habe ich durch 10 genommen. Wenn Sie gemeinsame Faktoren in Zähler und Nenner haben, Zähler oben, Nenner unten haben, können Sie die rausschmeißen. Hier habe ich noch einen gemeinsamen Faktor 7, den darf ich rausschmeißen. Das ist vielleicht rückwärts leichter zu verstehen. Wenn Sie in die eine Richtung erweitern können, können Sie in die andere Richtung auch kürzen. 7 Torten auf 11 Leute verteilen, dann kriegt jeder so viel, als ob Sie 21 Torten auf 33 Leute verteilen. Er hat dreimal so viele Torten, dreimal so viele Leute. Jeder kriegt genauso viel wie vorher. So stelle ich mir das vor mit dem Erweitern. Kürzen, rückwärts gedacht, zwei Torten auf drei Leute verteilen, dann laden Sie eben sieben so viele Leute ein und bestellen siebenmal so viele Torten. Dann hat jeder genauso viel wie vorher auf dem Teller. Das funktioniert auch, wenn da diese unsäglichen Symbole stehen. Wenn da sowas steht wie, was sagen wir mal, 7a durch 21. Ich muss a gar nicht kennen, die Zahl a, ich kann trotzdem kürzen. Siebenmal a durch 21, a durch 3. Sie haben a Torten und laden drei Leute zum Geburtstag ein. Dann hat jeder so viel auf dem Teller, als wenn Sie sieben a Torten haben und 21 Leute einladen. Siebenmal so viele Torten, siebenmal so viele Leute. Also Sie können auch kürzen, wenn da Symbole stehen und Sie können natürlich auch erweitern, wenn da Symbole stehen. Und offensichtlich ist a Drittel wesentlich leichter zu verstehen, als 7a 21. Wenn da sowas steht wie 21 plus 7a Viertelzentel, sogar dann kann ich kürzen. Die sieben Ausklammer, genau das ist der allererste Schritt. Vorsicht mit dem Kürzen aus Summen. Sie können jetzt nicht sagen, oh die 21 sind 3 mal 7, die 14 sind 2 mal 7, fertig. Das gibt Ärger. Dann habe ich die nicht beachtet. Sie können nur einen Faktor aus dem gesamten Zähler und einen Faktor aus dem gesamten Nenner rausbringen. Sie können nicht die sieben nur aus der 21 rausnehmen. Sie müssen die sieben überall rausnehmen. Sicherheitshalber, wenn Sie das ganz zu Fuß machen, klammern Sie erst die sieben aus. Oben steht sieben mal 3 plus a und unten steht 14. Jetzt hier zurückrechne gerade mal. Sieben mal 3 ist die 21, sieben mal a ist die 7a. Und jetzt darf ich kürzen. Aus dem Zähler nehme ich nur ein Siebtel und aus dem Nenner nehme ich nur ein Siebtel. Dann ist die Welt in Ordnung. Sieben mal weniger Torten bestellen, sieben mal weniger Leute einladen. Also bitte Vorsicht beim Kürzen. Aus Summen kürzen. Ja, wenn Sie professionell sind und daran denken, dass Sie da und da das rausnehmen müssen. Dasselbe beim Nenner. Ansonsten sicherheitshalber erst ausklammern. Wenn hier eine Differenz steht, auch okay. Selbes Verfahren. Erst ausklammern und dann kürzen. Ja, prob trage etwa wenige Punkte. Dann Vielen Dank.